Beim FC Bayern München kommt Renato Sanchez kaum zum Zuge. Zwar hat sich seine Situation unter Niko Kovac leicht verbessert, doch regelmäßige Spielpraxis erhält er nicht. Nun soll der junge Protugiese bei Paris Saint-Germain auf dem Zettel stehen. Wie die zuverlässige Quelle RMC Sport berichtet, hat BSG bereits Kontakt zum FC Bayern München aufgenommen, um über einen Transfer von Renato Sanchez zu verhandeln. Der Klub von Thomas Duchel sucht in der Winterpause dringend nach einem zentralen Mittelfeldspieler und soll nun im Süden Deutschlands fündig geworden sein. Bei PSG wurde Adrio Rabio bekanntlich von Profikade ausgeschlossen, da er den Verein zum Saisonende verlässt. Weil sich auch Marco Ferrati verletzt hat, herrscht im Mittelfeld des Scheichklubs Großnot. Leandro Paredes gilt nach wie vor als Duchels Wunschspieler, doch dessen vereint Zenit ST. Petersburg stellt sich als harter Verhandlungspartner heraus, zumal die Franzosen aufgrund des FFB keinen großen Transfer stemmen können. Bei weiteren Kandidaten wie Julian Weigl, BVB, und Frenkie de Jong wechselt im Sommer von Ajax wohl zu Barca, handelte sich BSG bereits einen Korb ein. Sky Sportnuss bestätigt derweil die Info, dass Paris einen Anlauf bei Sanchez wagt. Laut dem TV-Sender liegen die beiden Parteien allerdings 15 Millionen Euro auseinander. Ein Deal dürfte daher sehr schwer zu realisieren sein. Er verd funktioniert. Er verdut. Bis zum nächsten Mal.